Ich komme aus Indien und heute bin ich in einem Traubenbauernhof und es ist meinem Freund Bauernhof und sehen Sie bitte sehr sehr grün und süß Trauben ja und es ist eine Spezialität auf unserem Staat. Es ist nassig, unser Staat ist nassig und ich zeige dir alles, alles, bitte. Und kennen Sie, diese sind Exportqualität Trauben. Was magst du? Heute, ich bin hier mit meinem Freund. Es gibt so viele Freundinnen und der Bauernhof ist so groß, sehr sehr groß. Ich zeige dir alles, bitte stehen Sie mit mir. Hallo Leute. So, ich treffe Ihnen mit meinem Freund. Ich heiße mein Name Nimesh. Ich heiße Nimesh. Ich heiße Nimesh. Ich heiße Nimesh. Sehr gut, danke. So, wir haben viele Freunde und es gibt viele Fragen auf meinem Freund und die Besitzer ist unser Mr. Jadho, Herr Jadho und unser Herr Umesh möchte ein paar Fragen stellen. Bitte. Ich heiße Nimesh. Herr, 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 Sie müssen sagen, es braucht vielleicht vier oder sechs Monate, es muss für die Trauben so süß gehen und es braucht viele Verwaltung auch. Was ist das für ein Jahrzehnt? Ein Jahrzehnt? Ein Jahrzehnt, aber ich habe für 15 Jahre mehr als ein Jahrzehnt. Okay, so ein Baum gibt einen Durchschnitt für fünf Jahre. Die Früchte sind für fünf Jahre. Was ist dein Spezialität? Spezialität ist es? Das ist die Spezialität von D.J. Bahnhof, das gibt keine Chemie oder keine Insecticide, Pesticides und D.J. Trouben. Okay, jetzt diese Trouben sind in Grün und was braucht vielleicht ein Monaten, zu für die Reifen oder für die Seuss-Blyben. Okay, so es bedeutet die Spezialität auf diese Trouben ist, es ist eine Clone, es bedeutet, es ist V, eine Hybrid Troubenzine. Okay, Leute, so es wird in den Überraschen, die Trouben sind in Deutschland auch, in UK, in Europa und es gibt viele Kunden in Deutschland auch. Okay, so es bedeutet die Fertilizer, die Manuel kommt auf IFKO. Okay, so... Okay, so... Okay, so es bedeutet, es braucht viel Wasser und es hängt von den Situationen ab und manchmal es braucht Wasser pro Tag. Sehen Sie, diese sind schwarze Trauben. Es gibt eine andere Varietät. Die Spezialität ist anders, unterschiedlich, mit den grünen Trauben. Aber es kommt auf den gleichen Bahnhof und nur die, ich denke die Beide, die Bahnhof ist die gleiche. Und ich denke, es ist süßer als die grünen Trauben. Aber fast 90% ist die gleiche wie eine grünen Trauben sind. Heute war ein sehr, sehr toll Tag für uns. Wunderbar Garten, wunderbar Bauernhof, grün, ruhig. Wir machen so viel Saksan in unserer Stadt. Aber ich denke, wir müssen mit Natur bleiben. Ruhig, frisch hier Luft, grün, kein Lärm, keine Verschmutzung, alles so viel, so, so viel bequem ist. Und was denkst du? So, ich möchte zusammenfassen. Heute war, noch einmal ich möchte sagen, heute war ein sehr, sehr entspannender Tag für uns, für meinen Freund, für mich, für so viele Leute hier. Und ja, so, ich mache es fertig. Und ich mache noch ein ähnliches Video in Zukunft. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020